Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Final Fantasy XIV Wir haben noch mehr Aufgaben in diesem wunderschönen idyllischen Örtchen Das war sie sehr betrübt Entschuldigung, bist du die Abenteurerin, die von Idbert in den höchsten Tönen gelögt wird? Da möchte ich dich gern um Hilfe bitten In letzter Zeit erhalte ich ständig Geschenke, Haarschmuck, Taschen und solche Dinge Das wäre alles kein Grund, sich zu beklagen, aber irgendwie hatte ich von Anfang an ein mulmiges Gefühl bei der Sache Also habe ich mich umgehört und zu meinem Schreck herausgefunden, dass es sich bei den Geschenken um die bis gute Stadt bekannten Räubers Idbert handelt Doch ich kenne diesen Albert nur vom Hörensagen und weiß beim besten Willen nicht, was er mir zu schaffen hat Doch neulich hat mir ein Händler eine Nachricht von diesem Malunken überbracht Die Nachricht lautet Meine liebe Emeria, bitte erlaube mir dir persönlich ein ganz besonderes Geschenk zu überreichen Ich erwarte dich an dem Hain im Südosten Wie soll ich darauf bloß reagieren? Ich traue mich nicht zu ihm, aber wer weiß, was dieser ruchlose Verbrecher tut, wenn ich seine Nachricht ignoriere Kannst du nicht an meiner Stadt zu dem Hain gehen und mit einem Edelbert sprechen? Bitte mach ihm klar, dass er mich in Ruhe lassen soll Awww, was ist eigentlich eine schöne Quest Also mal abgesehen davon, dass es Diebstahl ist, die dort mit involviert ist, aber trotzdem Das ist doch wahre Heldenaufgabe Wahre Helden tun so Es ist immer nur nachts hier in diesem Spiel Ich spüre mich auf der falschen Zeit, das ist das Ding Meine eigene Schuld Ach Ihr drüben Dann warten wir mal Hallo, bist du Elbert? Du aufbrausender Wegelagerer Nimm Stein Tot So Elbert eine Lektion erteilt Japp Und da verschwindet seine Leiche Ich hab einen Brief bekommen Kann ich den lesen vorher, bevor ich hier irgendwas mache? Warte mal Au Ich kann ihn nicht benutzen Ich möchte ihn gerne lesen Bestimmt war es falsch, dass ich ihn angegriffen habe Naja Er hat mich angegriffen, um genau zu sein Er wollte nicht auf dich hören, nicht wahr? Ist er durchgedreht? Hm? Ein Brief für mich? Ja Bitte Meine liebste Emeria Bitte verzeih mir, falls ich dich mit meinen Geschenken in Verlegenheit gebracht haben sollte Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen Seit ich gesehen habe, zu was für einer wundervollen Frau du dir angewachsen bist, denke ich nur noch daran, wie ich dich glücklich machen kann Tatsächlich möchte ich dich nicht aus dem Verborgenen bewundern, sondern im Hühlenhelm zusammen mit dir leben Dort können wir deine geliebten Kamillen pflanzen und uns gemeinsam an ihren weißen Blüten erfreuen Doch dieser Traum wird niemals wahr werden Ich bin ein gesuchter Verbrecher und werde keine Gnade finden Hoffentlich kannst du zumindest du mir vergeben Falls ich dir damit nicht zu nahe trete, werde ich dir weiterschreiben Dein Aelbert Awww Und ich hab ihn getötet Danke, dass du mir Aelbert Brief gebracht hast Jetzt verstehe ich, dass diese Worte ein besonderer Geschenk von ihm an mich sind Aber vorher kennt ihr meine Lieblingsblumen? Aelbert? Dunkle erinnere ich mich ja am Namen in meiner Kindheit Doch, nein, das kann nicht sein Auf jeden Fall müssen wir seine geklauten Geschenke an die rechtmäßigen Besitzer zurückgeben Vielleicht werden Aelbert's Sünden dadurch etwas leichter wiegen Zu ist schmiddig gefallen und riecht es das Miaune in Gridania aus? Bei ihrem Hexenstübchen kommt früher oder später jeder vorbei und sie weiß sicher rat Natürlich Ich bin zufällig Oh Gott, wir haben ihn jetzt umgebracht Upsi So, Herr Chocobo-Verleiher Haben Sie zufällig, ich könnte mich teleportieren, ich weiß aber Haben Sie zufällig ein Chocobo, was Nach Gridania geht 15 Kil Ja, Gippenwecke 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 Das war keine Minute Das war keine Minute schöpfer Oh, wir sind sogar zweimal zum Miawner. Das passt ja perfekt. Hui! Hatte da einer gerade Cloud als Begleiter? Also, ich meine, wenn das Squall wäre oder Renoir wäre, wäre ich ja sofort dabei. Aber Cloud? Weile ich. Aber schön, dass das geht. Das ist wieder genau das, was ich meinte mit der Musik in den Häusern. Man kann seine eigenen persönlichen Lieblingscharaktere da denn reinnehmen. Ich meine, wenn du jetzt wirklich in dieser Verwirrung bist, dass du Cloud gut findest, wieso nicht? Macht nun doch. Eine Nachricht von Emeria aus Mühlenheim? Ich verstehe. Es geht also um Albert, den Narren. Ich sorge dafür, dass die geklauten Sachen an die Roserze zurückgegeben werden. Albert lebte früher hier in der Stadt. Ich erinnere mich noch gut an den Jungen und seine Familie. Ich erlebte ihn in eher ärmlichen Verhältnissen. Eines Tages klaute er von einem einflussreichen Händler, in der Ebenholzpassage eine Handvoll Kamillensamen. Ich glaube, seine Schwester liebte Kamillen über alles. Der Junge wollte sicher nur seiner Schwester eine Freude bereiten, aber seine strengen Eltern sahen die Familienehre in den Schmutz gezogen und verstießen Albert. So wurde er zu einem obdachlosen Streuner und lebte von dem, was er sich ergaunen könnte. Eine tragische Geschichte, wenn du mich fragst. Oh mein fucking Gott, das war ihr Bruder, den wir umgebracht haben. Oh, puh, es war gar keine Liebesgeschichte, es ist ja noch schlimmer. Shit! Der Junge folgte seiner Familie und die Schwester wuchs ohne ihren Bruder auf. Emeria war damals noch zu klein, um die Ereignisse bewusst mitzubekommen und ihre Eltern taten alles, um die Existenz ihres Bruders vor ihr geheim zu halten. Das wäre in Gredania natürlich schwierig gewesen, denn das Gerede über den Vorfall in Gredania war aber groß. Deshalb zogen die Eltern mit ihrer Tochter nach Mühlenhain, um einen Neuanfang zu wagen. Sicher sind auch Emeria die Gerüchte zu Ohren gekommen, doch ein braves Mädchen wie sie stellt niemals ihre Eltern in Frage und ihre Erinnerungen an ihren Bruder waren verblasst. Der verstoßene Sohn hingegen hat Emeria wohl nie vergessen. Ich vermute, dass er sich trotz der drohenden Bestrafung in der Nähe der Stadt aufhält, um seiner Schwester nahe zu sein. Hm, mir kommt gerade eine Idee. Als Dank, dass Emeria das Diebesgut zurückgegeben hat, werde ich ihr ein paar Kamillensamen schenken. Elbets Verbrechen können nicht einfach so vergeben werden. Doch vielleicht wird er einen neuen Weg eingeschlagen haben, wenn diese Blumen zu blühen beginnen. Er ist... er ist tot! Ich habe ihn mit Steinen beworfen! Ah, Bierenbar! Ich habe Ofen frische Ahlpastete! Wie wär's? Oh, Kane-E hat dich geschickt... Zoll, er hat dich zum... Kane-E hat dich zum Fest... Kane-E... Kane-E hat dich zum Fest der Hohen Bundweiher eingeladen. Wie schön! Du sollst die Hauptrolle spielen? Das ist doch nicht dein Ernst! So eifrig du auch bist, das ist doch wohl zu viel der Ehre. Mit der Hohen Bundweihe soll unsere Verbindung mit den Gebieten des Waldes gestärkt und erneuert werden. Das ist eine der bedeutendsten Zeremonien überhaupt. Ja, mach mir noch mehr Mut. Du musst dabei die Brücke zwischen den Gredanien und den Gebietern bilden. Danke schön! Du, obwohl du nicht von hier bist. Ja, du bist... ...on point! Oder womöglich gerade, weil du eine unbefagene Außenstehende bist. Jedenfalls musst du rasch die nötigen Vorbereitungen treffen. Lauf in die Zimmerer-Gilde und frag nach dem Gildenmeister Beaton. 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 Er wird dir etwas geben, was du für das Fest unbedingt brauchst. Komm dann wieder zu mir zurück und ich erkläre dir, was es damit auf sich hat. Ah, okay. Auf nach Beaton. Wo ist die Zimmerer-Gilde? Dahinten. Auf der anderen Seite dieses Gebiets. Miau. Oder? Ja. Da kann ich noch nicht hin. Warte, ich weiß es nicht. Ich will mal einfach ganz kurz... Ja, ich will es nicht. Dann muss ich mir noch keinen Sorgen machen. Zimmerer-Gilde. Was ist das hier drin? Ist das auch hier hinten gewesen? Ja, guck mal, wo ist Beaton. Beaton, deine Frisur gefällt mir. Du hast eine gute Frisur. Oh, du bist also die geheimnisvolle Unbekannte. Miauna hat mir eine besondere Abenteuerin, die bei der Hohen Buntweile die Brücke sein soll, angekündigt. Aber dass du das bist... Na, wie die Marsai. Ich denke, du kommst wegen dem hier. Alles schon bereit für dich. Pass gut darauf auf. Ich habe bei der Herstellung mein ganzes Herzblut einfließen lassen. Ich habe etwas bekommen. Ein Holzkästchen. Yay. Bitte noch mehr Geheimniskrämerei. Ist ja nicht so schlimm genug, was ihr mir hier so bisher für... Mut gemacht habt und die Wichtigkeit dieses Festes fast erschlagend groß aufgebauscht habt. Ah, du hast es bekommen. Ausgezeichnet. Dann zeig mal her. Hier, meine verschlossene Holzschatulle. Mit dem Geheimnis. Hast du schnell einen Blick hineingeworfen? Nein. Das Kistchen enthält eine Monoa-Maske. Das ist eine Ritualmaske, die aus einem ganz besonderer Material besteht. Aus Rinde, die behutsam vom Wächterbaum abgeschält wurde. Vom Wächterbaum? Stell dir ja vor. Ich kann dir jetzt nicht alles dazu erklären. Aber du bist immerhin ausgestattet. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, zum Festort zu gehen. Wie? Eine Monoa-Maske. Der Name dieser hölzernen Kultmaske bedeutet ruhig auf der Erde sitzen und sprechen. Das ist also... Ruhig? Hm. Auf der Erde sitzen? Klar. Sprechen. Das ist ruhig, ist das Problem. Yay! Faulkstufe aufgestiegen! Tufel 19! Nullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullull Du stehst einfach nur da mit deiner Maske und versuchst, würdevoll und ernst zu wirken. Das liegt mir nicht. Verstanden? So, mach dich auf den Weg. Lauf zu Miketos Amphitheater und sprich dort mit Istaine. Die kümmert sich dann um dich. Und vergiss auf keinen Fall, die Monoa-Maske anzulegen. Ja, das passt auf dich. Machen wir jetzt mal. Wir legen mal die Monoa-Maske an. Anlegen. Okay, die gefällt mir. Die gefällt mir wirklich. Das hat ein bisschen was von... Von Naruto, von den... Wie hießen die? Verdammt! Oh, ist schon so lange her, dass ich mit Naruto geguckt habe. Die... Ah! Wie hieß da diese... Special-Security-Truppe? Anbu? Waren das die Anbu? Ich glaub, das waren die Anbu. Wo muss ich hin? Nach da? Fragezeichen? Hä, muss ich überall hin? Kann ja nicht sein. Kann ja nicht überall hin müssen. Ah, doch. Ach ja, das Amphitheater. Das ist ja einfach hier direkt über uns. Ich hab Anbu... Anbu hießen die. So sieht das so ein bisschen aus. Anbu-Maske. Oh, da hinten ist Prüfung des Windes. Da müssen wir auch noch später mal hin. Awww, guck mal! Bomber! Ganz viele Bomber. Ich hab noch keines der Event mit. Ich hab mitbekommen, es gibt immer regelmäßig Events. Dafür bin ich aber noch zu klein und unbedeutend. Um meine Events teilzunehmen. Da ist nämlich gerade Feuer... Feuermond Reigen geht gerade ab. Ich kann ja mal gucken, was das ist. Vielleicht kann ich da mitmachen. Oh, wie aufregend! Alle Augen werden auf dich gerichtet sein! Alles ist bereit! Komm! Yay! Freude! Oh! Hallo! Ah, da kommt sie! Die Satzseherin ist da! Ach, die beiden sind da. Das ist ganz schön. Da sieht man schon mal nochmal alle... Oh, guck mal! Ohi! Alle NPCs so nach und nach, die man jetzt kennengelernt hat. Werner eingebaut scheinbar. Das ist schön. Mögen die Gebiete des Waldes unsere Heldin segnen. Mögen die Gebiete des Waldes unsere Heldin segnen. Was ist das für ein Glanz? Das ist, ähm, ein altes Familienerbstück. Das, ähm, ist nix besonderes. Das... ist doch nicht... ein Lichtkristall? Nein! Doch! Ist das gut! Wenn's gut ist, ja! Wenn's schlecht ist, nein! Hast du etwa vom Urkristall geleitet? Hast du sein Licht gefühlt? Ja! Es ist ein Gefühl wie ein Ätherrausch, aber erhaben und kristallklar. Hast du das gespürt? Ich sage mal ja. Unglaublich! Du bist direkt von Heidelin geführt. Du hörst ihren Willen. Mhm, 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 mhm. Ja, ja. Ich weiß genau wovon du redest. Vor einiger Zeit gab es in Eosea Helden, die gegen die Primae kämpften, gegen die Gottheiten der wilden Stämme. Als die staatlichen Gesellschaften gegründet wurden, füllten sie ihre Reihen und bekriegten das Galleische Reich. Um ihre Heimat zu retten, kämpften sie auf Seiten der Eoseischen Allianz in der Schlacht von Cardeno. Fünf Jahre ist das her. Ja, die Worte denkst du dir doch gerade aus. Doch danach fehlte von ihnen jede Spur. Wer verschont blieb, erinnert sich ihrer Gefasstheit in jener Stunde. Wie abgeklärt sie ins Unvermeidliche schritten. Für Eosea waren sie bereit, ihr Leben zu geben. Doch wollen wir uns ihre Namen ins Gedächtnis rufen, erschrecken wir, wie verschwommen die Erinnerung ist, wie die Schrift eines vergebten Folianten. Versuchen wir, uns ihrer Gesichter zu erinnern, so ergleist nur ihr Umriss, als verdeckten sie die Quelle dieses blendenden Scheins. Und daher nennen wir sie die Krieger des Lichts. Das erzählte Miaune schon. Mit ähnlichen Worten. Bis zum Miaune? In disguise? Wenn ich dich sehe, vom Schein des Kristalls geführt, so muss ich an diese Tapferin denken. Abenteurerin, bewahr diesen Kristall wie dein eigenes Leben. Dass der Urkristall dich erwählte, seine Stimme zu hören, hat gewiss seinen Grund. Du bist in der Tat keine gewöhnliche Heimatlose. Wer weiß, welch gewichtiges Los dich erwartet. Denn du besetzt eine ganz einzigartige Kraft. Und ich habe Blut an den Pfoten. Ah! Oh, Meteor! Der Mond. Majora's Mask. Ah, tu mal! Die kennen wir doch! Dich nicht. Der Sieg gehört dem, der zuerst danach greift. Krieger von Ulda, zeigt eure Starke! Verflucht! Die linke Flanke verliert an Kraft! Die Barracudas müssen nachrücken! Die Kerntruppen müssen die Position halten! Um jeden Preis! Die gelben Schlangen sind in Bedrängnis. Schnell! Schickt ihnen die weißen Wölfe zu Hilfe! Ich hoffe, man muss mir den Dialog gerade nicht merken. Das klingt so stark danach, als wären diese Worte noch für eine Bedeutung die Reihenfolge. Also, ne, die einzelnen Truppen, jetzt gelbe Schlangen, Bedrängnis, weiße Wölfe gehen zu den gelben Schlangen und sowas. Ich hoffe nicht, dass das wichtig wird und ich mir das aufschreiben muss. Die können die Abenteurer nicht im Stich lassen. Nicht, wo sie so großen Mut beweisen. Wer ist das da hinten? Ah! Was ist los, Carné? Nichts. Es ist nichts. Ah! Verdammt! Nicht nachlassen! Von einem lauen Lüftchen wie diesem werden wir nicht weichen! Irgendwas ist dort drüben. Das ist nichts. Telefon! Raubahn an die Blutgeschworenen! Was ist da los? Antwortet! Hey, gern ein Handy! Verflucht! Raubahn! Bitte antwort! Hier ist Jackie Schreider von den Gutgeschworenen! Jackis! Verdammt! Was ist los? Was passiert da? Was ist das? Wir müssen weg von hier! Aber es gibt keinen Ausblick! Verdammt! Chlois war... Chlois war brennt! Jackis! Melde dich! Jackis! General Raubahn! Hier geht nichts mehr! Wir müssen weg! Die Straßen sind überall! Jaaaaaah! Antworte! Jackis! Clawis war! Ihr Götter! Wofür wollt ihr uns bestrafen? Na, die beiden kennen wir doch aber auch. Die beiden kommen mir doch auch gerade hart bekannt vor. Auch wenn sie maskiert sind. Auch kein Kontakt zu den Barracudas? Nichts, Admiral. Die Kontaktperle ist tot. Was ist mit unseren Kämpfern? Keine Antwort, ehrwürdige Saatseherin. Eine dunkle Präsenz scheint den Empfang zu stören. Versuch es weiter. Wir müssen sie erreichen. Jawohl! Admiral, General, es ist aus. Wir müssen den Befehl zum Rückzug geben. Und Louisois? Wollt ihr den krepieren lassen, ja? General, es ist zu spät, um einfach nach dem Sieg zu greifen. Diese Schlacht wird keinen Sieger kennen, das wisst ihr. Wir opfern unschuldige Leben. Seht die Abenteurer, die kämpfen, obwohl sie kein Eid an uns bindet. Lasst sie gehen. Wenn jemand bei Louisois bleiben soll, dann wir. Befehl an alle Einheiten des Malstroms. Sofortiger Rückzug. Ich wiederhole. Alle Einheiten zurückziehen. Gebt der Abenteurer-Infanterie den Vorrang. Die Haupttruppen sichern den Rückzug. Verflucht! Funker! Die Legion zieht sich zurück! Was? Ich weiß, dass die verdammte Kontaktperle tot ist. Renn schon los, verdammt nochmal! Das ist kein Gefecht gegen die Galear mehr. Das ist ein Lissertrag von unbeschreitlichen Ausmaßen. Dalamut ist unser Ende. Dieser abscheuliche, grenzenlose Hass. Wir nehmen unsere Position an Louisoisse Seite ein. In Stellung. Und dass wir das übersetzen können. Und dass wir das übersetzen können. Ich frage mich, ob das eine eigene Sprache ist. Ob das eine spezielle Sprache ist, die es gibt. Oder ob das vielleicht einfach rückwärts ist. Englisch rückwärts oder irgendwie sowas. Ich hoffe, das war nicht die Zukunft, die wir gerade gesehen haben. Ding, bietern sei Dank. Du bist wieder bei Bewusstsein. Deinem verdurzten Blick nachzuurteilen, weißt du nicht, was passiert ist, hm? Du bist mitten während der Zeremonie einfach zusammengebrochen, was uns einen ganz schönen Schock versetzt hat. Danach haben wir dich schnell hierher gebracht, damit du dich erholen kannst. Nach allem, was du in den letzten Tagen geleistet und erlebt hast, warst du wahrscheinlich ziemlich erschöpft. Die Aufregung hat dir dann den Rest gegeben. Ja, oder ähnliches. Aber du bist ein zähes Mädchen und wirst schnell wieder auf den Beinen sein. Ich stehe, wie du vielleicht siehst. Ich muss mir wieder um meine Pflichten bitten. Also bis bald. Halt, ich hab da was. Ach ja, beinahe hatte ich's vergessen. Kann Isena wünscht dich zu sehen, sobald es dir wieder besser geht. Sei doch so gut und melde dich bei ihrem Wasserrosentisch. Sie macht sich furchtbare Sorgen um dein Wohlbefinden. Ja, es gibt da düstere Vorahnungen. Ich hab das ohne gute Gefühl, dass es Vorahnungen ist. Auch wenn man sagen müsste, dass der Dude, der bei dem Bösewicht stand, der auf Englisch rückwärts geredet hat, so aussah wie der, den wir im Wächterbaum besiegt haben. Allerdings könnte es auch einfach die Uniformmaske sein, die seine Untertanen tragen und jeder so einen trägt. Weil sonst erkennst du ja die ja nichts anderes. Gut, wir haben fantastisch an dem Hohenfest mitgemacht. Das war... hui! Das war... Bestimmt haben sich da die Wächter gefreut. Und für mehr Frieden gesorgt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, die Maske ist schon cool. Die lasse ich, glaube ich, ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüssi! Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!